Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Kill Room, eine neue Komödie mit Uma Thurman und Samuel L. Jackson. Was der Film kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Ich will, dass diese ganze Transaktion sauber ist, verstehen Sie? Wie frische Wäsche. Sie wollen mir doch nicht wirklich gerade erklären, wie man Geld wäscht. Aber nicht doch ich. Brauche eine Expertin für eine wirklich sehr delikate Geschäftstransaktion. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Patrice. Die hat eine Galerie und finanziell läuft es gar nicht gut. Eines Tages schneit dann Gordon rein und macht ihr das Angebot, dass sie eventuell für ihn Geld waschen könnte mit teuren Gemälden. Und das Problem ist, nach und nach bauscht sich das immer weiter auf und diese Fake-Gemälde, die eigentlich gar keine berühmten sind, werden auf einmal richtig wertvoll. Und so wird das immer größer und damit müssen sie erstmal so klarkommen. Das ist so die Grundstory. Man muss sagen, von der Erzählweise her ist es am Anfang recht träge. Man braucht recht lang, um reinzukommen, aber dann nach und nach so ab 20 Minuten wird es unterhaltsam. Und dann hinten raus wieder ein bisschen lahmer, langsamer und nicht mehr so spannend. Aber der hat eine interessante Dynamik und ist vor allem in der Mitte ganz gut und unterhaltsam geworden. Auch was die Dialoge angeht, ist es teilweise so ein bisschen drüber. Also die Figuren sind mir alle so ein bisschen over the top und dementsprechend ist es für eine Komödie okay. Wenn sich der Film zu ernst genommen hätte, hätte ich das nicht gut gefunden. Dementsprechend knappe 3 von 5 Punkten für die Geschichte. Schauspielerisch haben wir einen bekannten Cast mit Uma Thurman. Die macht einen guten Job, auch wenn man schon bessere Rollen von ihr gesehen hat, genauso wie von Samuel L. Jackson. Das ist solide, aber auch nicht überragend. Knappe 3 von 5 Punkten ist okay. Technisch sieht der Film ganz in Ordnung aus, hochwertig produziert, aber er macht optisch wenig besonders. Er hat keine großen Effekte. Das ist alles nett, aber auch nicht mehr 3 von 5 Punkten solide. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Und ich muss sagen, am Ende ist The Kill Room ein Film, den ich nicht gebraucht hätte. Der ist nicht wirklich unterhaltsam, hat ein paar nette Gags mit drin. Aber so insgesamt ist bei mir der Funke nicht übergesprungen. Der ist so ein bisschen langweilig insgesamt. Und ja, er ist auch vor allem ein gutes halbes Jahr, glaube ich, nach dem weltweiten Release oder ein Dreivierteljahr bei uns erst gestartet. Dementsprechend, ja, so wirklich unterhaltsam ist er nicht. Und man hat von allen Schauspielern schon bessere Leistungen gesehen. Dementsprechend, ich konnte nicht so wirklich viel mit dem Film anfangen. Der war mir teilweise etwas zu trashig, aber auf der anderen Seite dann auch nicht so wirklich unterhaltsam. Also es ist eine komische Mischung. Deswegen nur zwei von fünf Punkten von der Empfehlung her. Insgesamt dann, ja, er ist trotzdem mittelmäßig bis okay. Elf von 20 Punkten. Das geht schon, aber da wäre deutlich mehr drin gewesen. Das war es weit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.